Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man den Ölstand bei einem Auto richtig kontrollieren kann und vor allem auch, wann der richtige Zeitpunkt hierfür ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Motoröl hat jetzt übrigens die Funktion, dass aneinanderreibende Teile geschmiert werden. Dadurch wird natürlich auch die Lebensdauer von unserem Motor erhöht, weswegen wir auch den Ölstand ungefähr alle zwei Wochen mal prüfen sollten. Wichtig aber auch, man sollte es auf jeden Fall vor jeder längeren Fahrt machen. Unser Ölmessstab ist zum Glück relativ leicht zu finden. Meistens ist er nämlich knallig-gelb gekennzeichnet oder wie in meinem Fall hier knallorange. Bevor wir unseren Ölstand hier unten jetzt messen, unbedingt noch auf drei Sachen achten. Zum einen der Motor sollte betriebswarm sein, also mal ungefähr zehn Kilometer davor schon gefahren worden sein. Hat einfach den Grund, da warmes Öl sich natürlich etwas ausdehnt und kaltes Öl das Ölmessergebnis verfälschen würde. Anschließend unser Auto mal für ungefähr fünf Minuten noch stehen lassen, dass das Öl jetzt schön langsam wieder in die Ölwanne runter tropfen kann. Und anschließend ist auch noch wichtig, dass das Auto natürlich auf einer geraden Fläche, wie bei mir hier zum Beispiel in der Garage stehen sollte. Darf, wenn das Ganze irgendwo schief abgestellt worden ist, auch wieder das Ergebnis verfälscht wird. Jetzt aber genug zur Theorie. Ich nehme einmal meinen Ölmessstab hier, muss den mit etwas Schmackes einmal rausziehen, dann mit einem fusselfreien Tuch anschließend schön sauber machen, dass das alte Öl hier ordentlich weg geht. Und wenn er ungefähr sauber ist, dann stecke ich diesen einmal wieder bis Anschlag hinein, bis er auch Klick macht. Danach wieder vorsichtig rausziehen und wir können uns jetzt nämlich mal den Ölstand hier genau anschauen. Bei nahezu jedem Ölmessstab haben wir einmal eine Markierung für maximal. Bei mir ist es diese Einkerbung hier und hier unten eine für minimal. Und jetzt müssen wir noch schauen, wo genau der Ölfilm endet. Bei mir ist es hier etwas über der Mitte. Und genau so sollte der Ölmessstand nämlich auch ausschauen. Ungefähr ein bisschen über die Mitte. Bei Unsicherheiten gerne mal eine Betriebsanleitung nachschauen. Und hier ist bei mir zum Beispiel eine schöne Grafik, was die einzelnen Bereiche von meinem Ölmessstab genau aussagen. Wenn dein Ölstand passt, dann einfach mal den Ölmessstab wieder in den entsprechenden Stutzen hineingeben, schauen, dass er natürlich hier unten auch wieder schön schließt, was bei mir durch dieses Klicken hier zu hören ist. Und wenn du zu wenig Öl hast, dann am besten ein extra Video anschauen, wie man Öl richtig nachfüllt, beziehungsweise wenn man zu viel Öl hat, dann auch schauen, was man hier am besten machen sollte, da das natürlich jetzt das Video hier komplett sprengen würde. Und somit haben wir auch schon den Ölstand hier bei meinem Auto richtig kontrolliert. Wenn du jetzt übrigens ein hochwertiges Motoröl, egal in welcher Art oder auch so einen neuen Ölmessstab, egal für welches Auto, zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zum relativ günstigen Preis. Das Beste war, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftsführer fahren. Wenn du dir als eines von diesen Tessilen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.